Du hast etwas, das mir gehört. Was sind das für Typen? Denen kann man nicht trauen. Spring! Erlebe Taylor Lautner. Du musst hier weg. Ich gehe nicht ohne sie. Im heißesten Action-Thriller des Jahres. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Wir werden dich finden. Nicht, wenn ich euch zuerst finde. Atemlos. Gefährliche Wahrheit. Ab 13. Oktober im Kino.